Moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkhafts. Was ist heute der Plan? Wir werden uns heute in das Jahr 45 begeben, also zum Ende des Krieges hin, da funktioniert ja sowieso nicht mehr so viel und werden uns mal anhand von Gefechtsberichten und Aufzeichnungen anschauen, was die 11. Panzerdivision dort noch leisten konnte, leisten wollte und auch teilweise nicht hinbekommen hat, weil natürlich zum Ende des Krieges waren die Ressourcen nicht mehr da, das Material war nicht mehr vorhanden, Personal war kaum vorhanden und der Gegner natürlich übermächtig. Im Zuge dieser Berichte kommen wir natürlich auch in den Bereich der Brücke von Rehmhagen, das kennen ja viele von euch, den Film die Brücke von Rehmhagen ganz genau und da hat die 11. Panzerdivision auch noch ein Wörtchen mitzureden. Also hochinteressant fand ich das tatsächlich und ich muss sagen, viele Dinge wusste ich auch gar nicht, was da wirklich passiert ist und auch wie man so eine Panzerdivision in der Zeit noch, ich sag mal, einsatzfähig hält, ein Ding nur Möglichkeit. Jetzt werden auch einige von euch sagen, 11. Panzerdivision, Gespensterdivision, da klingelt doch was. Natürlich gibt es zwei Divisionen, die diesen Namen tragen, einmal die linke Panzerdivision, Frankreich Feldzug, Rommel, das Wettrennen durch Frankreich selber und die 11. Panzerdivision, die auch als Wappen das Gespenst trägt. Wer die ganze Geschichte dieser beiden Division und die Namensgebung mal genau hinterfragen möchte, der müsste sich mal mit der 11. Schützenbrigade befassen und dann wird das alles ein bisschen klarer. Das würde hier den Rahmen sprengen, wenn ich das auch noch anführe. Für mich ist erstmal wichtig, dass ihr so ein bisschen reinkommt in das Thema und dass am Ende des Tages und am Ende dieses Videos ihr so eine kleine Vorstellung habt, was ein Kommandeur alles und natürlich mit seinem Stab durchmachen musste, um so eine Division kampfbereit zu halten, zu versorgen und welche Rückschläge das gegeben hat. Wir versuchen so gut es geht, das wie immer mit Fotomaterial zu hinterlegen und auch Kartenmaterial. Und ich entschuldige mich jetzt schon, wenn ich Ortsnamen mal wieder falsch ausgesprochen habe, aber wenn man in diesem Lesefluss ist und das vorträgt, dann kann das sein, dass man sich da mal verhaspelt und deswegen bitte ich da um Verzeihung. Nicht ganz so schlimm wie französische Ortsnamen oder russische Ortsnamen, aber ihr kennt mich ja nun lang genug. Das ist keine böse Absicht. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was da 1945 passiert ist. Los geht's. Die letzten Kämpfe westlich des Rheins. Zwischen dem 12. und 15. Februar 1945 wird die Ablösung der Division im Orschholzriegel durch eine Volksgrenadierdivision beendet. Lediglich ein Bataillon des Panzergrenadierregimentes 111 mit einigen Panzern bleibt zurück, um die dortige Front durch Gegenangriffe zu stützen. Diese Teile finden sich erst Anfang März auf dem Ostufer des Rheins wieder bei der Division ein. Immerhin sind im Versammlungsraum südostwärts Trier, Divisionsgefechtsstand Ostburg, etwa 60 Kampfwagen 4 bzw. 5 des Panzerregimentes 15 sowie fast das geschlossene Panzerartillerieregiment 119 verfügbar. Auch die Panzeraufklärungsabteilung 11 hat relativ geringe Verluste gehabt, da sie entlang der Mosel den rechten Flügel und die rechte Flanke gegen schwächere Feinkräfte sicherte, die den Fluss nur mit Spättrupps überwinden konnten. Hauptsorge bereiten die Panzergrenadierregimenter, die in den folgenden Wochen aus dem eigenen Ersatzbataillon und aus eintreffenden Ersatzkompanien aufgefüllt werden. Leider muss jetzt aber das zusätzliche Bataillon beim Regiment 110 wegen Führer- und Unterführermangel aufgelöst werden. In dieser Zeit wird ein Feindangriff aus dem Raum Straßburg auf Ludwigshafen und Mainz im Abschnitt der Heeresgruppe G, in deren Rahmen die Division im Rohnetal kämpfte, erwartet. Das Vorauspersonal der Division und einige Transporte mit schweren Teilen rollen bereits in einen neuen Bereitstellungsraum bei Wissenburg, 30 km westlich Karlsruhe, als ein neuer Befehl des Oberbefehlshabers West und der Heeresgruppe B, also Generalfeldmarschall Mole, unterstellt, die nach der Schlacht um Aachen den Durchstoß des Gegners zum Rhein erwartet. Dieser Bedrohung soll westlich Düsseldorf durch die 11. und westlich Köln durch die 9. Panzerdivision begegnet werden. Derartige Umdispositionen, die zum täglichen Brot gepanzerte Verbände gehörten, bereiten in dieser Kriegsphase immer größere Schwierigkeiten. Betriebsstoff ist das wertvollste Versorgungsgut geworden. Der Mangel hieran erschwert gerade bei plötzlichen Änderungen. Der Einsatzabsicht, alle Marschbewegungen, reißt die Division auseinander, überall stehen einzelne Teile herum, sind auf Selbsthilfe angewiesen. Kurzum, zum neuen Einsatz steht der Verband nie in voller Stärke, die in ihrer Ausgewogenheit der Waffengattung ja erst den Erfolg verspricht, zur Verfügung. Und so ist die Division mit Aufklärungsabteilung, einem Teil des Panzerregimentes und der Artillerie, am 22. Februar in Gegend Tietz an der Straße Düsseldorf-Aachen und baut dort einen ersten Abwehrregel auf. Es dauert aber noch Tage, bis weitere nennenswerte Teile eintreffen, sodass infolge des Feinddrucks die vordere Linie auf Königshofen, elf Kilometer nordostwärts Tietz, in den folgenden beiden Tagen zurückgenommen wird. Wieder einmal verzögern feindliche Luftangriffe schon bei der Verladung in Zerf und Hermeskeil an der Hunsrück-Hörunstraße, wie auch später auf Durchfahrstationen, die Marschbewegung der Kettenteile, während der bereits erwähnte Betriebsstoffmangel die Räderteile auseinanderreißt und tropfenweise eintreffen lässt. Weniger hindert eine zu dieser Zeit befohlene Entmotorisierung. Die Infanterieteile sollten nur noch durch eine LKW-Kolonne im Pendel-Einsatz bewegt werden, da die Division mühelos Radfahrzeuge im Hunsrück wegen ihres Übersolz zurücklassen konnte. Zu diesen Erschwernissen trifft die Unklarheit des Feindbildes, dass auch diesmal weder von den neuen vorgesetzten Kommandobehörden noch von den Verbänden zu erhalten ist, die dort schon länger kämpften. Dieser schwerwiegende Mangel ist auf fehlende bzw. unzureichende Aufklärungsmittel zurückzuführen. So fehlen Aufklärungsflugzeuge fast völlig und die erdgebundenen Aufklärungsmittel der eigenen Infanteriedivisionen sind nach der weiträumigen Absatzbewegung von der Normandie bis hierher mehr oder minder ausgefallen. Bis die Division mit eigenen Kräften sich ein Feindlagebild auf den so oft wechselnden Einsatzplätzen verschafft hat, vergehen Tage. Und gerade zu Beginn eines neuen Einsatzes bestehen die größten Chancen, die auf diese Weise sicher oft nicht genutzt werden. Im Verlauf der weiteren Kämpfe ist es nicht zu verhindern, dass starke Feindkräfte im Zuge der Straße Aachen, Jülich, Titz, Grebenbräuch und Düsseldorf Raum gewinnen. Auch ein zangartiger Gegenangriff mit der Panzerlehrdivision von München-Gladbach in Richtung Südost und der 11. Panzerdivision aus dem Raum Ostwärts Grebenbräuch in Richtung Nordwest schlägt nicht durch. Obwohl die eigenen Angriffsspitzen hämmerten nördlich Grebenbräuch an der Straße nach Düsseldorf nehmen. Die Vereinigung mit der Lehrdivision gelingt nicht. Der Durchbruch der Amerikaner auf Neuss-Düsseldorf wird lediglich verzögert. Am 28. Februar steht die Division hinter der Erft im Abschnitt Grebenbräuch bis hin zum Rhein, um so dann in den ersten Märztagen den letzten deutschen Brückenkopf auf dem Westufer des Rheins in Linie Stürzelberg-Zorns zu halten. Die oberste Führung legt Wert darauf, sagen zu können, dass noch auf dem Westufer des Flusses Genf wurde und entsprechend sehen die Befehle aus, die wir erhalten. Nichtsdestotrotz nimmt die Division nach einem entlassenen Gegenstoß, bei dem mehrere Feindpanzer abgeschossen werden, ihre Artillerie und die gepanzerten Kampferzeuge auf das Ostufer des Rheines zurück und hält dann die Sehne der Bernrather Rheinschleife zwischen Stürzelberg und Sons. Die Karte zeigt, wie hier bei der Kampf der Stützpunkte westlich des Flusses flankierend mit weit vertragenen Waffen vom Ostufer wirkungsvoller unterstützt werden konnte, als es je vom engen Brückenkopf des Westufers aus hätte geschehen können, wie die Befehle es verlangten, die wieder einmal im Wunsche des Führers ihre Gründung finden. In dieser Situation stellt das Panzerartilleriegriebene sicher, dass die mehreren hundert Rohre der Düsseldorfer Flugabwehr in den Kampf der Division eingreifen. Die tatsächliche oder mindestens moralische Wirkung auf den Gegner ist so stark, dass unmittelbar nach dem beeindruckenden Rauschen der Geschosse für längere Zeit Ruhe eintritt. Auch Teile des Divisionsgefechtsstandes, die sich mit vielen Ortsbewohnern in ausgebauten Luftschutzbunkern einer Braunkohlenhalde bei Stützelberg mit Maschinengewehrsicherung auf der Halde selbst aufhalten, bemerken unmittelbar die enorme Feuerwirkung. Spät in der Nacht des 3. bzw. 4. März hält die Division den Befehl zum Rheinübergang und damit zur Aufgabe des Brückenkopfes. Die Masse geht in der folgenden Nacht, die Nachhutend in der Nacht vom 5. zum 6. März über. Der Divisionskommandeur mit einigen Angehörigen seines Stabes im letzten Sturmboot der Panzerpioniere. Das Ostufer des Flusses ist angeblich von Volkssturmeinheiten besetzt. Dennoch verzichtet die Division nicht darauf, an wichtigen Stellen eigene Sicherung zu belassen, als sie im Raum Hilden sammelt und die Verbände ordnet. Nach den letzten Nächten haben alle eine kurze Ruhe wahrhaft verdient. Rehmagen Am 7. März wird der Divisionskommandeur zu einer Erkundung nach Bad Godesberg befohlen. Geplant ist ein Angriff aus diesem Raum im Verbande eines dort eingesetzten Chors nach Süden auf die Ahr. Die Erkundung ergibt die völlige Aussichtslosigkeit eines derartigen Unternehmens. Der Gegner dringt bereits nach Bad Godesberg zu dieser Zeit ein. In der folgenden Nacht vom 7. auf den 8. März erfahren wir im Raum Hilden, dass dem Amerikaner die Eisenbahnbrücke bei Rehmagen, die gerade wiederhergestellt war, überraschenderweise unversehrt in die Hand gefallen ist. Sofort wird der Divisionskommandeur durch die Heeresgruppe an die Brückenstelle befohlen. Die Division hat sich marschbereit zu machen. Es soll aber noch einige Zeit dauern, bis der erforderliche Betriebsstoff mühsam aus dem zivilen Bereich beschafft ist und damit die Division antreten kann. Bevor Einzelheiten des Kampfes um den Brückenkopf Rehmhagen behandelt werden, muss der amerikanische Rheinübergang an dieser Stelle im größeren Zusammenhang betrachtet werden. Überraschend, wohl auch für ihn selbst, kommt der Gegner in den Besitz einer Rheinbrücke an einer Stelle, die für eine Fortsetzung seiner Angriffsoperation auf dem Ostufer des Flusses alles andere als geeignet ist. Im Gegenteil, das Siebengebirge begünstigt den Verteidiger, nur sind wie überall am Rhein auch hier die deutschen Kräfte unzureichend. Die eigene Luftwaffe gibt es so gut wie gar nicht mehr. Die Heeresverbände sind westlich des Rheins in der Masse stark angeschlagen bzw. zerschlagen worden. Auch der Westwall unterstützte ihren Abwehrkampf nur sehr bedingt. Aufnahmekräfte am Rhein selbst stehen kaum zur Verfügung, wie die Division es südlich Düsseldorf selbst erlebt hat. Lediglich einige Flak-Einheiten, botständige Pioniere, Ersatztruppenteile und Volkssturben sind vorhanden, die einem beherzt an mehreren Stellen gleichzeitig zupackenden Angreifer nur wenig Widerstand entgegensetzen können. So ist in militärischer Sicht der Rheinübergang bei Rehmagen weder als großer amerikanischer Erfolg noch als schwerer deutscher Misserfolg zu werden. Allerdings verdeutlicht er in besonderer Weise die aussichtslose Gesamtsituation und zeigt auf beiden Seiten entsprechende Auswirkungen. Das deutsche Volk und seine Soldaten können nach fünfeinhalb Jahren Kampf gegen Feind ringsrum nicht mehr daran denken, die endgültige Niederlage abzuwenden, während die damaligen Gegner durch das Überwinden des Schicksalsstromes Auftrieb erhalten mussten. An Ort und Stelle kann man es besonders fühlen, zumal die Vollstreckung der Todesurteile eines Sondergerichtes an Soldaten, die angeblich die Verantwortung für die nicht gesprengte Brücke tragen, die Kampfmoral alles andere als stärkt. Am 8. und 9. März werden Versuche unternommen, mit den vorhandenen zusammengewürfelten Verbänden, zu denen auch einige Islands in Marsch gesetzte Flakkeinheiten gehören, den kleinen Feindbrückenkopf in Linie Ockenfels, Ohlenburg, Nordrand Erpel einzudrücken. Es wird versäumt, die Panzerbrigade Feldherrnhalle, die in Köln selbst voll aufgetankt zur Verfügung steht, sofort heranzuziehen, wie der Kommandeur der 11. Panzerdivision es vorschlägt, zumal der eigene Verband erst am 10. März wegen der angesprochenen Betriebsstoffschwierigkeiten von Hilden aus eintreffen kann. Nur in dieser Anfangsphase besteht die wirkliche Chance, den sicherlich noch nicht gefestigten Brückenkopf zu beseitigen. Zur gleichen Zeit gelingt es mühsam, aus Industrie- und Handelsunternehmen des Düsseldorfer Raumes die Division notdürftig zu betanken, am Abend des 8. März die Erkundungskommandos der Truppenteile in das Siebengebirge vorzuwerfen, um am 9. März den Marsch dorthin mit Masse anzutreten. Hierbei wird der erwartete feindliche Jagdbombeeinsatz gegen unseren Marsch auf der Autobahn dadurch unterlaufen, dass die Division ihre Fahrzeuge aller Art gleichzeitig aus den Deckungen ihres Bereitstellungsraumes herauszieht und sich in dichten Marschkolonnen nach Süden in Bewegung setzt. Der Gegner in der Luft ist völlig überrascht, hält die deutsche Offensive, wie wir später bestätigt bekommen, offensichtlich für einen eigenen Verband und fügt uns kaum Verluste bei. Es ist verständlich, denn amerikanische Flieger haben bei ihrer Luftherrschaft seit langer Zeit keine so marschierende deutschen Truppenteile erlebt. Die vorderste Regimentsgruppe trifft gegen Abend des 9. März ein und übernimmt einen Abschnitt im Raum Bruchhausen, um ein weiteres Vordringen des Gegners nach Norden zu verhindern. Hier entwickelt sich mehr und mehr der feindliche Schwerpunkt, weil sein Vorstoß in ostwärtiger Richtung auf große Geländeschwierigkeiten stößt. Divisionsgefecht stand jetzt Kalenborn-Ost. Am 10. März soll ein Angriff aus dem Raum Erl gegen die Höhen von Kasbach und Ockenfels den Brückenkopf spalten, um ihn anschließend ausräumen zu können. Dieser Angriff unterbleibt auf Befehl der Heeresgruppe, weil die Kampfgruppe der Panzerlehrdivision nicht rechtzeitig eintrifft, ihr Eintreffen bei der feindlichen Luftüberlegenheit auch nicht vorausgesehen werden kann. Zum Sperren der Rheinstraße nach Norden wird eine Kompanie des Panzerpionierbataillons 209 in den Wäldern bei Unkel eingesetzt, während am Südflügel des Brückenkopfes bei Linz Pioniere der Rheinverteidigung dasselbe tun sollen. Wie sich später herausstellt, ist dieser Auftrag nicht zeitgerecht durchgeführt worden. Trotz der Sperre bei Unkel dringt der Feind weiter nach Norden vor und in Bad Honnef ein. Den Ort bringt aber die eigene Panzeraufklärungsabteilung 11, die gerade eintrifft, in einem kurzen, energischen Vorstoß wieder in eigene Hand. Sie wird aber von der Division sofort wieder herausgezogen und durch die Panzerbrigade Feldernhalle ersetzt, die nun doch aus Köln herangezogen ist. Verspätet und geschwächt durch Kämpfe, in diese dort noch hereingezogen wurde. 11. März für Freund und Feind gibt das Gelände Probleme auf. Im Siebengebirge ordnet die 11. Panzerdivision mit neuer Abschnittseinteilung ihre Verbände, denen die verschiedenen zusammengefürfelten Einheiten der sogenannten Rheinverteidigung unterstellt werden. Verständlicherweise fühlt ein gepanzerter Verband sich in einem eingeschnittenen, waldigen Berggelände nicht sehr wohl. Er kann dort seine Stärke auch nicht zur Geltung bringen. Immerhin hat der Gegner große Schwierigkeiten, über diesen verteidigten Geländeblock herüber oder südlich bzw. nördlich an ihm vorbei, weiter nach Osten Raum zu gewinnen. Ein zugeführtes Volksartilleriekorps verstärkt die Abwehrkraft erheblich, zumal zu diesem Zeitpunkt noch gute Beobachtungsstellen auch auf die feindlichen Rheinübergänge in eigener Hand sind. Gerade die 21 cm Mörser dieses Korps kommen zur Wirkung, wenngleich auch dadurch nur kurzfristig der Übergangsverkehr unterbrochen werden kann. Die Artillerietätigkeit steigert sich auf beiden Seiten, aber nur wir spüren gleichzeitig die Wirkung der Luftwaffe der anderen Seite. Die Feindenangriffe nach Osten und Nordosten, hier ist zwischen dem Südrand Bad Honnef, Panzerbrigade Feldherrnhalle und dem rechten Divisionsflügel beiderseits der Straße, die von Osten auf Rhein-Breitbach führt, dort ist die Panzerauflehrungsabteilung 11, auf den Höhen südostwärts Bad Honnef die stark angeschlagene 9. Panzerdivision eingeschoben worden, werden abgewiesen. Örtliche Gegenstöße führen sogar zu kleineren Geländegewinnen. Bei der Südlich aber stoßen Feindpanzer ungehindert durch Linz durch. Wie bereits erwähnt haben Rheinpioniere die Rheinstraße dort nicht rechtzeitig sperren können. Von Linz aus geht der Gegner auf die Höhen bei Haargarten vor, die nach wechselvollem Kampf in der Hand der divisionseigenen Pioniere bleiben. Der Divisionsgefechtsstand verlegt von Kahlenborn nach Günderscheid, hartwestlich der Autobahn, hinter die Mitte des Abschnitts. Kurz nach Eintreffen dort führt ein feindlicher Artilleriefeuerschlag zu erheblichen Ausfällen im Divisionsstab. 12. März. Im Wesentlichen keine Veränderung. Der wachsende feindliche Artillerie und Fliegereinsatz lässt darauf schließen, dass die Kräfte uns gegenüber immer weiter verstärkt werden, wobei Einzelheiten allerdings nicht festgestellt werden. Flaschenhals für die Zuführung in den Brückenkopf bleibt Rehmhagen. Der Beschuss des Ortes durch eigene Artillerie wird jedoch strikt unterbunden. Am Südflügel der Division wird bei Dattenberg südlich Linz die unterstellte Kampfgruppe der Panzerlehrdivision eingesetzt, um die Rheinpioniere zu stützen und eine eindeutige Verbindung zum Rhein herzustellen. Im rechten Nachbarabschnitt geht bei der 9. Panzerdivision die wichtige Höhe 359, also Leiberg, drei Kilometer nordostwärts Rheinbreitbach verloren, wodurch die Aufklärungsabteilung am eigenen rechten Flügel stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Die Division steht nunmehr in klarer Westfront. Die neue Hauptkampflinie folgt den Kuppen des Siebengebirges mit rechten Flügel bei Höhe 441, also Aasberg, und mit linken Flügel auf den Höhen bei Ariendorf am Rhein. 13. März. Die anhaltenden Verstärkungen auf amerikanischer Seite wirken sich mehr und mehr aus. Beim rechten Nachbarn, also 9. Panzerdivision, stößt starker Feind von Bad Honnef nach Nordosten vor und strebt offensichtlich das freie Gelände hinter der Autobahn an. Nur mühsam kann sein Vordringen verzögert werden. Aber auch vor der eigenen Divisionsfront beginnen wechselvolle Kämpfe um einzelne Höhen. Am linken Flügel wird eine Panzerbrigade um den Kern der Kampfgruppe Panzerlehrdivision gebildet, zu dem verschiedene Splittergruppen treten, die in den letzten Tagen aus dem Ersatz her zugeführt worden sind. Generalmajor von Butler wird mit der Führung beauftragt. Er war bereits seit einigen Wochen vom Wehrmachtsführungsstab zur Division kommandiert. Ihm wird zur Führung des Verbandes ein kleiner Stab zusammengestellt. An den beiden folgenden Tagen, also 14. und 15. März, zeichnete es sich mehr und mehr ab, dass der Gegner bei den Nachbarn der verstärkten 11. Panzerdivision den Durchbruch anstrebt. Ein derartiger Entschluss liegt angesichts der Stärke unserer Division natürlich nur gesehen im Vergleich zu anderen deutschen Verbänden jener Zeit und der schwierigen Geländeverhältnisse im Siebengebirge nahe, zumal er im Gegensatz zu uns sicherlich über ein klares Feindbild verfügt. Beim rechten Nachbarn nähert er sich der Autobahn bei Höfel-Bungsberg, während er südlich der Division aus dem Raum Bad Hönningen auf Waldbreitbach vorgeht. Die eigene Divisionsfront bleibt nicht ungeschoren. Verbindung mit den feindlichen Erfolgen beim rechten Nachbarn fällt der rechte Flügel auf brauchbare Stellung westlich der Autobahn bei Hallerbach Vettelschloss zurück. Um Notscheid wird erbittert gekämpft. Lediglich am linken Flügel bei Brigade Butler herrscht nur Aufklärungstätigkeit. Am Abend des 15. März verlegt der Divisionsgefechtsstand nach Kloster Ehrenstein, ostwärts Neustadt, nachdem eine größere Tiefenstaffelung der Truppenteile für die Kämpfe vorwärts der Autobahn eingeleitet ist. Hierdurch wird gleichzeitig der Anschluss zu den Nachbarn gewährleistet. 16. März. Der Feind überschreitet an diesem Tag die Reichsautobahn bei Brungsberg. Auch die in den letzten Tagen zwischen 11. und 9. Panzerdivision eingeschobene 340. Volkskandidierdivision kann nichts daran ändern. An der eigenen Front wird örtlich, besonders im Erwitttal, abgewehrt. Das relativ offenere Gelände westlich der Autobahn kommt vielen Truppenteilen mehr entgegen als die Wälder des Siebengebirges. Auch in den Tagen bis zum 20. März behauptet die Division ihre Stellung in den örtlichen Kämpfen. Zu diesem Zeitpunkt beginnt die Ablösung durch die 340. Volkskandidierdivision, aber wieder müssen Teile der Artillerie und die Panzerbrigade Butler zurückbleiben. Die Gesamtlage diktiert Maßnahmen, die sicher keiner für richtig hält. Die Jahresgruppe erwartet den operativen Ansatz der Feindkräfte über die Sieg in nordostwärtige Richtung gegen das Ruhrgebiet und zieht hierzu die Panzerverbände südlich der Sieg zusammen, um von Osten her die Feindflanke zu treffen. Für unsere Division aber sollte es einmal mehr anders kommen. In der Rückschau sind die Kämpfe im Siebengebirge eigentlich die letzten gewesen, in denen die 11. Panzerdivision noch einmal geschlossen zum Einsatz kam. In den letzten Tagen dieses Einsatzes bringt damals die Wiedbachtalbrücke unmittelbar hinter der vordersten Linie gelegen besondere Probleme. Es gelingt der Division über längere Zeit, die Sprengung dieser großen Autobahnbrücke entgegen gegebenen Befehlen zu verhindern. Zwei Tage vor der Absetzbewegung wird ein sogenannter Führerbefehl unter Androhung des Standgerichtes übermittelt, diese Brücke zu sprengen. Der Hinweis der Division, die Brücke nütze bei ihrem Verlauf quer zur Front dem Gegner nichts, wird mit der Bemerkung abgetan, dass das Bauwerk später für feindliche Querverschiebung auf der Autobahn von Bedeutung sei. Die Armee führt mehrere Tonnen Sprengstoff zu. Unmittelbar nach der Absetzbewegung der letzten Teil der Division wird ein Pfeiler gesprengt. Die Brücke zu messen, dass das Prozess aus der erstenretien freie número zwei Vorabstück minuteelt, dass die� �에서도 die Initiative herring der Wer aggravationsscreven in der Ballstadt er übrigens auch tych, ähn, für die ähn Sie, die Beweinungen sind die Team veraufwand, die Ähn ein Position um 4, separate undねぇ halte precum. hat sie seitdem man vom auch nicht in der melhoren völlig freifte und ト legär, dass es die Überhaltung 9 1unden wird. Untertitelung des ZDF, 2020